Wer denkt, dass Wanduhr langweilig sind, war noch nicht hier auf der IFA 2018 am Stand von Sola und hat sich die Glanzglock angeguckt. Und ich stehe hier neben der Marina von Sola, unserem Partner. Und Marina, was macht denn diese Wanduhr so besonders? Die Wanduhr ist deswegen besonders, weil die ganz viele Informationen dann auch auf dem Display anzeigen kann. Also normalerweise ist es einfach eine Uhr, die läuft auch normal weiter, hat einen Akku innen drin, der mehrere Monate hält. Und dann lädt man das wieder auf. Aber wenn man eine Bluetooth-Verbindung zu eben dieser Glanzglock hat, dann kann man verschiedene Apps eben auch aufrufen, zuordnen. Und beispielsweise über Datum und Zeit anzeigen und auch das Wetter anzeigen lassen. Also ich kann hier auch auswählen, was mir angezeigt wird. Hier zum Beispiel gerade der Luftdruck, hier die Temperatur eben an meinem Standort, auch mit dem Verlauf. Genauso auch Regenwahrscheinlichkeiten. Ich kann mich auch benachrichtigen lassen, wenn dann entsprechend auch Regen vorausgesagt wird. Ich kann aber auch viel mehr Sachen dann machen, also meine Meetings anzeigen lassen. Oder wenn ich angerufen werde, also das sieht man zum Beispiel hier an der obersten Uhr, kann ich mir auch anzeigen lassen, wer mich anruft. Und so habe ich immer alles im Blick, ohne dass ich mein Smartphone die ganze Zeit zur Hand nehmen muss. Und deswegen ist es echt nochmal ein zusätzliches Feature zu einer normalen Wanduhr. Ja, das ist wirklich keine normale Wanduhr. Aus welchem Material ist die denn geschaffen? Ich habe die ja gerade in der Hand, das fühlt sich hier sehr nach Stoff an. Genau, das ist hier vorne Stoff. Dahinter sind LEDs und auch Sensoren angebracht, die das Ganze steuern. Eben auch der Akku. Hier außen ist eine Aluminiumverkleidung und hinten eben dann auch noch weicher Kunststoff. Ja, sie fühlt sich auch sehr hochwertig an. Sehr schöne Uhr, würde ich mir auch zu Hause hinhängen. Die Glanz-Clock war ja mal ein Crowdfunding-Projekt. Ich finde es immer sehr schön, wenn solche innovativen Ideen auch mit auf den Massenmarkt kommen. Und diese Uhr wird auch in Kürze bei Saberport verfügbar sein. Und diese Uhr wird auch in Kürze bei Saberport verfügbar sein.